So, da sind wir wieder, Battlefield 1. Ich habe mir gleich das nächste Moped hier geschnappt, so ein Teleskop-Mopedchen, MG 15. Es sind hier, wie heißt die gerade, Archibaba. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht hier heute. Ein paar lustige Gefechte wird es schon geben, denke ich mir. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir werden es schon mal gleich mal rüber. Auf D. Schauen wir mal, wie es abgeht. Schauen wir mal, wie die Knarre so in der Hand liegt. 200 Schuss, naja. Ich erwarte mir nichts Gutes davon. Aber wer weiß. Man kann sie ja auch eben. Kann ja gut werden. Hier vorne. Ich zeige mal, hier vorne. Hier in der Kiste. Da ist die Elite-Klasse, aber die habe ich ehrlich gesagt noch nie bekommen, seitdem es die Scheißkarte gibt. Und dabei wäre der ziemlich gut mal mit dem Mörser. Da hätte ich schon Bock drauf. Oh, was willst du machen, ne? Alter. Die schießt ja zum Kotzen, ne? Was kriegst du denn da die ganze Zeit? Da ist doch keiner. Der Kollege hat mich ein bisschen erschrocken, ne? Komm, Kollege, hau nicht ab. Hier gehen wir hin. Aha. Komm schon. Mitten ins Fressbrett, so muss sein. So, hier ist nichts mehr. Hier ist glaube ich da kein Lob. Hier ist eben keiner. Alter, wie lange das dauert hier, ey. Mann, Mann, Mann. Gut, weiter. Schieben wir gleich C auf. Auf geht's nach C. Flammenhaini. Schau. Okay. Ey, ey, ey. So, nicht, Kollege. Alter, mit einem Leben hänge ich hier. Sunny, komm mal her. Ja, schmeiß die Kiste doch gleich, Alter, ans Ende der Karte. So. Schauen wir mal. Hier gehen wir nicht lange. Wie schön, der umgefallen ist. Komm mal her. Na, der wird den geholt haben, denke ich mal. Hoffe ich mal. Ich da jetzt durchlaufe. Was? Ey, da hinterm Busch. Ich habe den echt nicht gesehen, ne? Sunny, komm. Sunny. Kommt der oder nicht? Ich würde sagen, gleich D rüber, ne? Okay. Prost. Tja, den habe ich nicht gesehen. Hm, hier kommt keiner und holt mich, denke ich mir. Sieht nicht danach aus. Was macht ihr denn unten bei A, Alter? Guck mal, wir haben so viel zum Einnehmen. Scheiß doch auf A, Alter. Na, na, ich gehe zu dem Kollegen da hin. Die, Alter, Alter, ist gar angeschossen, kriegst nix hier. Ich weiß nicht, die Waffe. Vielleicht muss man sich dran gewöhnen. Vielleicht ist er nicht schlecht. Das spielen ja viele damit. Aber ich mag ihn, wir doch lieber dann. Die, äh. Mit einer höheren Feuerrate. Ey, wo? Da kommt einer, die ich noch auch. Ja, bitte, ey. Was? Wo kam der denn noch hergeraufen, ne? Oh, da schießt noch einer. Guck den das an, ey. Aber den nenne ich wenigstens. Hier ist was los. Tja, oh, gehen wir gleich beerwerber, ne? Bei hinten. Alter. Stehen gut im Weg hier. Und der auch schon wieder. Alter, weg mich doch, Kollegen, ey. Na, das wollte ich gar nicht. 200 Schuss, ey. Aber das Nachladen, das ist einfach so. Man will immer nachladen, eigentlich. Ja, bei 200 Schuss, ey. Oh, oh, da. Aber nichts, ich treff gar nichts. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Das ist gar keine Sau. Wo ist der? Meine Fresse, ey. Das dauert hier, ey. So, den macht ihr. Ich hau ab. Ich geh da mit C. Ja. Oh, das ging aber. Das ging fix. Komm, den holen wir uns gleich. Aber der ist schon hin, glaube ich. Okay, wo? Ruhig dich da hinten. Das gibt's nicht. Wo ist der? Der hat sich hingelegt. Da ist er. Kriegen wir keine Saufer, ey. Sack rein hier. Aber jetzt muss ich mal nachladen. Das wäre echt mal nicht schlecht, ne? Ich weigere mich, A zu gehen. Okay. Wo ist der Rechts? Schnell durch. Blick nicht. Habt ihr den geholt, oder kommt der jetzt? Ich glaube, der haben den. Aber hier. Ist keiner. Ich weiß nicht. Hier ist ja noch nicht mal ein Mörser. Ist hier Mörser verboten? Das wäre ja mal echt was Geniales, ey. Aber normalerweise schlägt der schon immer irgendwo ein Mörser ein, ne? Wie schön, der geflogen ist. Ach komm, ey. Oh. Ja. Ist auch mal eine Möglichkeit, sich so hinschmeißen. Ach. Ja, sag mal, ey. Ja. Gib vorher. Das kannst du ja vergessen, ey. Hier, bitte. Lass die wieder wegschießen. Na, da ist keiner mehr. Sag Gott. Warte. Alter. Ist da extra langsam gegangen, oder was? Nee, das ist mir zu gefährlich, oder? Nee, komm. Weg hier. Ist wieder neu. Ist schon wieder. Ich werde hier blockiert in einer Tour und kommt nur wieder irgendein Sniper von da. Oh, B wird eh weggenommen. Auf nach B. Schauen wir gleich her durch. Ey. Blockieren, festhängen. Was ist denn heute? Okay. Ja, die hängen da drin. Die hängen da drin. Auf jeden Fall, ey. Ich riskier's. Oh, warte mal. Hier. Hast du was? Ey. Keine Schnitte. Da auch bald. Na, alle bei A. Haut ab von A. Komm C. Und auf nach B. Auf geschissen. Das Lungeln die da alle bei A. Oh, da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Noch einer. Scheiße. Der andere ist auch schon weg, wahrscheinlich. Von der Cola wirst du ungeklatscht hier. Dann kannst du nicht weiter breit. Seht ihr, das haben wir da von A rumgegammelt da. Haut ab von A, ihr Idioten. Muss der hin, oder? Oh, da kommt noch mehr. Komm weg. Das waren drei oder so. Vier. Aber die alle bei A rumgammeln, ey. Nee, der kommt nicht. Die sind bei B, sehr gut. Ja. Ja, B. B und C. Und da ist ein Messer. Gut, das kann der Ding sein, die Elite-Klasse. Da will ich gar nicht gar nichts sagen. Ah, wo sind wir denn? Von hinten? Ah, schade. Ah, schade. Schade. Ah, hat er mich trotzdem geholt, ey. Komm, hol mich hier. Hol mich. Oh, wo? Wo ist er? Da. Ah, ist ein anderer. Das ist ein anderer. Guck mal, wie er von hinten drückt da mit seiner scheiße Abos. Oh, was haben wir denn? Wir sind auf D, ne? Oder wie? Na, D wird auch schon eingehen. C. Wo ist der? Ah. 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 Na, ah. Ich geh nicht. Ah. Auf keinen Fall. MWB wieder rüber. Kann sich hier A in den Arsch schreien. Ich hab keinen Fall hier. Komm, komm. Komm zu mir. Ich war hier schon vorher hin. Schade. Herr Maschinengewehr. Schnell, schnell. Oh, oh. Ich denk, der ist voll. Zwei, drei, vier. Fünf. Ich bin ganz alleine hier. Ich da einen anwarte, haben sie. Kommen sie da alle. Nee. Da mach ich nicht mit. Da kommt keiner. Oh, der holt uns. Dich will ich auch, du. Oh, und der holt mich hier. Aber das auch nicht. Kommt jetzt. Hol mich hier, komm. Ich weiß, du kannst das und du willst das auch. Sehr gut. Oh, Granate. Den nimmt auch noch mit. Feuer. Oh, Granate. Feuer. Ah. Aber es soll nie kommen. Ja, sehr gut. Jetzt ist noch einer. Das ist ganz verreckt. Wo ist der? Rechts, rechts, rechts. Hier ist einer. Kommt der? Ja. Hier ist er. Dann marschieren wir direkt D. Die waren schon wieder bei A, oder was? Oh. Jetzt hab ich den Arsch gerettet, Kollege. Da ist aber noch einer. Das ist ja unser Ding. Unser Feuerscheiß hier. Kommt, ich geh jetzt. Ist da einer, Junge? Ah. Aha, mühimmat. Wir haben Einsatzstil, Emil Talur. Oh, super. Aha, sana mühimmat. das ist ein ganzes nest Und zurück zu B. Das ist eine mobile Runde hier. Aber das ist gut so. So soll es ja auch sein. Links von uns. Weg hier. Wo kommt der? Da werden sie schon hin. Direkt C. Ach komm, einer, der haut noch ab. Ui, ui, ui. Schau, was denn glück, ey. Oh, na ja, das war klar. Ja, was soll man machen, ey. Wäre ich nicht gekommen, hätte er mich gepusht und er hätte mich sowieso weggeschossen. Mit den paar HP-Fetzen, die ich da noch hatte. Aber hier ist auch schon wieder Action. Das ist aber leider. Sehr gut. Da ist noch einer. Ey, ja. Wir haben Einsatzziel Bertha verlor. Okay. Das war unsere Granate. Wir haben Einsatzziel David erlor. Oh, was wird er denn erwischen? Oh, der ist schon weg. Entweder hin oder weg. Oh, der bleibt gar nicht sein, glaube ich. Na, gehen wir hier lang. Jawohl. Aber die ist auch nicht. Komm. Oh, oh, und brennen durch. Jetzt brenne ich. Ach so, das war ein anderer. Ich dachte schon, der wurde wieder hochgeholt. Ach, scheiße. Der war doch nur ein Sunny. Egal. Tjo. Die wollen versuchen zäh zu gehen, oder was? Ja, ist meine Muni, die ist besser. Nein. Nein. Da ist doch schon wieder einer. Ich sehe, der schon kommt. Eieiei. Aber das war nicht der. Wir verlieren Einsatzziel David. Komm hier. Ja, wunderbar. Passt auf, der ist da noch. Ey, ich werde bestimmt wieder. Schau, da hängt er in dem Wagen drin. Was ist denn, Kürke? Muss ich sagen. Was ist denn da hin? Was ist denn da hin? Wir haben ein Einsatzziel David verlobt. Ah, scheiße hin. Das war echt intensiv, das Gefecht. Da hat man gar nicht mitbekommen, wie schnell das rum war jetzt. Ja, super. Jetzt schauen wir uns nochmal an, was wir da gemacht haben für einen Unfug. Trotzdem, die Waffe, die ist nichts für mich. Und ich sage auf jeden Fall schon mal Danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mach. Ich will noch wissen, was ich da für einen Unfug gebaut habe. Oh ja. Ging schlimmer auch schon. Alles klar. Bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020